Moin Leute, Niklas hier von der Sneaker Factory. Ich erkläre euch heute, wie ihr den richtigen Finisher für eure Customs findet und verwendet. Die Acryl-Finisher von Anglos kannst du auf deine Lederschuhe auftragen, um der Farbe einen anderen Look zu geben und sie zusätzlich zu schützen. Insgesamt haben wir hier verschiedene Finisher. Die verschiedenen Finisher liefern einen unterschiedlich glänzenden Look. Die Reihenfolge von wenig bis sehr viel Glanz ist wie folgt. Matt, Sortin, Normal, High Gloss. Du kannst im Finisher auch Anglos Daller hinzumischen, um einen noch matteren Effekt zu erreichen. Das Ganze geschieht dann im Verhältnis 1 zu 8. Die Finisher werden ganz normal mit einem Pinsel aufgetragen. Zu Beginn sieht das Ganze noch etwas milchig aus, sobald dieser aber gut durchgetrocknet ist, wird er wieder durchsichtig und erzeugt den von euch gewünschten Look.